Hey Leute und willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. Wir können uns... Bonus Outfits? Chloe's Klassiker. Was ist der Klassiker? Ah, das Outfit aus Life is Strange 1. Ja gut, das würde ich jetzt tatsächlich nicht anziehen. Ähm... Minati... Was ist das? Ich schaue nur nach. Aber das ist eigentlich gar nicht mehr schlecht. Ähm... Hotdog... Heute, was ist das? Ich sollte wirklich gehen. Fantasy Poster. Abreißen. Ja, ich glaube ich reiß es mal auf. Aber ich glaube da kann man was draufschreiben. Nicht mehr Prinzessinnen und nicht mehr fucking Ramos. Äh, ja genau. Words of wisdom, don't fail me now. Äh, 100% der Schüsse Chinese, äh 100%... Alles ist wertvoll. Alles ist wertvoll. Was ist das? Ja. 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 Das ist das? Ja. Sehr gut... Ja. Ja. Das ist das? wir sind die medien wenig schnell für eine 4 sport mit drei amerikanische geschichte und geometrie auch nicht es gibt ehrlich gesagt schlimmeres aber wir haben es weg ja no one needs to see that thank you mom said i was too young to go she was wrong and it was awesome max made me this years ago and because it was max not a single song was pirated das ist ziemlich ironisch weil da auf der cd steht pirate drauf das ist auch so dass sie es mit allen waren sie waren nichts compared ich habe dir alle ich habe dir alle gespeichert du musst das foto löschen auf dem ich tanze nur mit dir lasse ich mich so sehen frohes zweimonatiges jubiläum elliott shit where's my phone god it's not here how drink was i last night chloe i said breakfast guess i better try calling my phone with moms okay mom's phone is probably in a room i can use it to call mine then figure out where the hell i left it home sweet home whoever said you can't go home again was probably from arcadia bay and he could go home again he just didn't want to mom's old engagement ring supposed to be mine if i'm ever stupid enough to get married grade b fuck you arcadia pon wait mom's selling her engagement ring was oh dialog freigeschaltet oh oh das ist ganz und gar nicht gut ich habe das für mom als ich war 10 Jahre alt wenn sie es nicht wäre ich bin nicht sicher welche wir uns da wären natürlich könnte man sie darauf ansprechen aber wir reden halt immer noch von chloe ich liebe sie alle unsere alten Bilder von dad auf der kommode abstellen ja das wird wahrscheinlich Konsequenzen jetzt haben aber ja ne auf jeden fall nicht ist respektlos jetzt sind wir jetzt einen neuen als sollte man das halt trotzdem nicht machen ich meine das das kann auch ihm egal sein also David und er weiß es doch wahrscheinlich schon dass er vor jemanden hatte also der wird dafür schon verständnis oder sollte dafür zumindest verständnis haben so gut ich glaube wir haben ja alles dann naja es ist zumindest noch im Haus genau hier haben wir natürlich noch haben wir unsere Nachrichten wir haben solche Max achso okay so geht's es mir so leid ich war nachlässig mit E-Mails SMS funktioniert für mich eh besser warum hat ihr das alte Bild drin ich kann mir nicht vorstellen dass sie zugleichen dass sie immer noch so aus und vielleicht hat er das Profil bei einfach noch drin aber warum hey es ist Max wie geht's äh bist du da oh je es tut mir leid wieder ich hab viel zu tun Seattle würde dir gefallen mehr dazu später cool ähm vielleicht fahr ich demnächst pernhalter ey Happy hast du mir so leid vielleicht sollten wir eine Zeit festlegen um zu telefonieren ach kein Ding ich seh in meinem Kalender nach es ist 19 Uhr in Arcadia Bay was ist in Seattle 2019 ich weiß ich weiß ich weiß vielleicht dieses Wochenende klar jederzeit sag Bescheid ey Königin des Grillen was gibt's Neues Max oh Gott Max ist schon eine schlechte Freundin also tut mir leid aber heilige Scheiße okay vielleicht keine schlechte Freundin aber so wenig wie sie antwortet dein Mist ist hier yeah ähm ich bin pleite sorry dein Verlust du kannst einen Tag für mich aufbewahren kann ich das ich bin dein Lieblingskunde bist du das Frank hast du was du schuldest mir noch was verhaust du mich dafür super ich mach nur Witze per SMS darüber achso mach nur Witze per SMS darüber ähm du vertickst mit dem Handy Drogen egal komm schon es ist 420 ich treff dich wenn du mein Geld hast ach muss absagen haben wir einen neuen Charakter Elliot Spanisch Test war scheiße den bestehe ich nur mit Glück oh Los Ciento ist mir so leid an die ganzen Spanier da draußen dass ich das jetzt wahrscheinlich so kacke ausgesprochen hab nee ich glaube es auch okay cool was machst du ich will ich hab nachher was vor oh okay hast du Chemie erledigt nö alter das ist das dritte Mal ich weiß eh schon alles sei auch immer dann am Ende weiß ich nichts ist mit uns am Abend nein danke kommst du irgendwann heute nach Hause Mowie bist du bis zur Sperrstunde zu Hause das wird Konsequenzen haben oh oh das war glaube ich äh ja okay ich ich glaube ich habe die Mutter in der Wohnung äh ja 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 Ja. Dining table, here I come. Dad took these photos. Now that David's staying over so much, I wonder how long it'll take mom to shove them in a drawer somewhere. Mom doesn't want you to know, but it's pretty clear her boy toy David hasn't worked in like a year. Job essay, echte Arbeitgeber, wollen sie treffen. Mittwoch, 21. April. Rat aus Arcadia. Hilfe für ihren Lebenslauf. Und Karriereberatung. Oh, wieder ein neuer Dialog freigeschaltet. Öffnen. Is mom having trouble with payments again? My scholarship doesn't cover everything. Like I need another reason for principal wells to get on my case. Überfälliger Betrag, 500 Dollar. Zäumnis und Zuschlag, 50 Dollar. Neuerfälliger Betrag, 550 Dollar. Bitte überweisen Sie den Betragkonto, zäumig 30 Tage nach dieser Benachrichtigung. Danke. Blackwell Academy, die Zukunft braucht Exzellenz. Oh, black hell. Dad always talked about upgrading to a flat screen. Too bad that never happened. I would have gotten this bad boy in my room. Family pick used to hang here. I... Wow. I can't actually remember which one. Hard to believe I was an eighth grade science athlete. Did I peak in middle school? It's my job to water these plants, but it was Dad's job to remind me. So... Nobody's fault, really. Made that for Mom in an art class when I was like five. She was never a smoker, but it's cool. I was never an artist. Wait, those aren't Mom's keys. And these would be David's keys. There's probably a better place for them than the ashtray I made Mom. Like his home, maybe? I feel trapped. Right there with you. Little dudes are like, what the hell just happened? Ah, the fluch glass. We spent the last of his curses on the bus fare and milk. How can bacon smell so good, but I'd still rather stuck these sugar bombs in my mouth. It's not that I'm ungrateful. It's just that when your Mom works in a diner, you're not always in the mood for diner-type food. Go put my purse on the table before you forget. Oh, I'm sure. Chloe, I don't have all day. Would you get over here already? I should see what Mom wants before she strokes out. Hey, Mom. You wanted to talk? Chloe, what happened to you? It's no big deal. I walked into a door. You seem to be walking into a lot of doors lately. When I send you a text message, Chloe, like last night, I need you to answer. You can just say text. You don't have to say message. And I need you to answer without the snark. Sorry. I hear you. I'll do better about replying. Thank you. Is that what you wanted to talk about? What is it with you and David? Always cutting to the chase. Why can't we just have some pleasant conversation before school? Verlobungsring, oh, oh. Are you selling your engagement ring? Chloe, jewelry gets a price for all sorts of reasons. Like for insurance. Nice, Dodge. How about this? You don't go in my bedroom when I'm not there. How about you don't ask me to get your damn purse then? Ich hab's gewusst, dass das ausartet. Man. Fuck. Ich will, ich will das nicht. Ich wollte einfach nur darauf an, man hätte ja auch einfach nochmal ansprechen können. Darauf. Hugh, you do realize I hate your boyfriend with every fiber of my being, right? Chloe. You don't hate him. He calls me girly. He's a dick-hole. He can be old-fashioned. Yeah. In old-fashioned dick-hole. Ah, right. School. My favorite. You used to love to learn. Yeah. I used to think drugs were lame, too. I wish you wouldn't joke like that. Let's not fight. I made you breakfast. Nah. I'll just... grab something later. Oh, you'll enjoy this. The other day I made four eggs, two for David, two for me. And just before I serve them, he says, What are you gonna eat? I'll enjoy that, huh? Tired, huh? That'll teach you to break curfew. What? I know what time you came home last night. And don't think you can get out of school just because you've missed the bus again. Why would you assume that- Who do you think your principal calls when you skip? Do you think I enjoy lying for you? Saying you're sick just so you don't get expelled? Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. But, Mom. The whole point of lowering expectations is so you won't be disappointed in me. Never again. You're happy doing what you're doing? Fine. Keep at it. Just let me know so I can stop fighting with Blackwell to keep you on scholarship. Money's tight enough as it is. Maybe I just need to be alone left. Sorry. Anderer Ton. Maybe you're 16 and don't know what you need. David thinks you need discipline. David should mind his own business. I think it's great, David's taking an interest. He's a good man. Maybe he can help. Papa war ein guter Mann, David ist ein Arschloch. Ich sag mal nicht David ist ein Arschloch, weil das geht sonst ein bisschen zu weit. Dad war ein guter Mann. Das ist nicht fair. Ich bin... Ich bin froh, dass dein Vater noch ein Platz hat in dein Herz. Aber manchmal müssen wir mehr Raum in unseren Herz für neue Leute machen. Und manchmal, wenn wir unglaublich schuldig und schuldig, we choose the absolute wrong kind of people to let into our hearts. Mom. David's had some hard times too, you know. So, if he's kind enough to share his experience, I expect you to listen to him. Like I'd let him get within 15 feet of me. When he takes you to school today. Very funny. You will be nice, you will be respectful, and you will say thank you. Are you serious? This is such... What, Chloe? Such what? Mom's trying. I guess. Maybe I should too. But what's the point in getting along if it means pretending everything's fine when it's not? Verständnis zeigen. Mom. I know you're dealing with a lot. Thank you. I understand you don't need me as much anymore. But I need you. I do still need you. You're my mom. I'm proud of you for being so self-sufficient. But the whole world's not out to get you. Tell that to the world. You're impossible. But I love you. I love you too. Mm-hmm. Okay, David's waiting. You'll need to bring him his keys from the ashtray. Try not to kill each other. Got it. Unless he tries to give me advice. Or looks at me funny. Chloe. Or looks at me at all. Chloe. Mom. Have a good day. You too. Bringing David his keys is about the most humiliating thing Mom could ask me to do. No point in putting off the inevitable torture of driving to school with David. They better get going. Oh, Steph. Die kennen wahrscheinlich auch viele aus dem neuen Teil. Aus Ju-Colors. Hey, äh, bist du Chloe? Steph hier. Hey. Ich hab deine DVD. Ich kann's dir vor der Schule geben. Ah, danke. Okay. No, Mom. I swear he beat himself to death with a tire iron. Repeatedly. Chloe, is that a black eye? No. Insubordination. No wonder your mother's worried about you. Oh. That's sweet. When I was your age, I got into my share of scraps. But it's not responsible. You owe it to your mother to do better. Tell me again what I owe my mother, dirtbag. Electro-insulator's probably cracked. You know what a spark plug does? Yes. It ignites the part- Did you not hear me? I said I know what it does. Then go grab my socket wrench set from the garage, and we can get moving. What is this? Quality time? Ugh. Better just get the socket wrench and get this over with. What's David doing? Leaving stuff in our garage anyway? Does he think he's moving in or something? Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. This was the photo, the mom took down from the living room. I guess we don't have to wear it and David's mustache. This was the same camera where then Chloe Max gave it. I should hook it up in my room before garbage day gets it first. Dad's toolbox. He used to get so excited whenever anything sprung a leak or busted. David's lawnmower. Maybe mom and I like our lawn the way it is. Ever think of that? Do these have chapters on hotwiring your mom's boyfriend's car so you can drive it off a cliff? Asking for a friend. 50-50 chance I smash him in the face with this. 60-40. Maybe 90-10. Tiniest penis in all of Arcadia Bay. A little more hustle wouldn't have killed her. See what's gunking up the works there? That's a sign of carbon deposits. Carbon deposits? No shit. You know, you could actually be good at this if you lost the attitude. My attitude is what makes me special, David. All right. All right. Fine. Whatever. Fine. 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 posibleombination. Fine. Fine. ein okay war ganz vieles in die hier ist der gerade richtig kacke ready to er ist die stadt ja diese entscheidung treffen wir im nächsten mal bei life is strange before the storm und ciao